Postkarte, 26. Januar 1923, Berlin, Motzstraße 78, Hotel Koschl. Lieb verehrter Herr Doktor, wir werden dann durch die Städte gehen. Ja, ich komme gern. Andreas Mayer, früher Student, ehemaliger Freund, bei ihm und seiner Frau logierte ich Görlitz, sein Schwager Oberrabiner, irgendwo in Holland. Ich komme natürlich allein. Verschrieben Sie sich, Sir? Ich spreche doch in Holland für Gulden. Sie müssen wissen, wie viel ich fordern kann und etc. Überlasse ich Ihnen. Auf Wiedersehen, Ihr Prinz Yusuf. Für Ihre liebe Frau, Grüße. Viele liebe Grüße von Yusuf. Wann kommen Sie wieder? Logen wissen alle Rabbiner. Antwort bitte.